50. Ruhunhauten Champions Trophy hier bei BV04 Düsseldorf, die 4. Begegnung des heutigen Tagesgruppes der Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf. Die Fortuna am Donnerstag mit einem 1-0 Sieg in Stündung gestartet gegen Valeras Rasiel. Untertitelung des ZDF, 2020 Die erste Ecke des Spiels wird uns präsentiert von Derpy Star. Die erste Ecke des Spiels wird uns präsentiert von Derpy Star. Die erste Ecke des Spiels wird uns präsentiert von Derpy Star. Die erste Ecke des Spiels wird uns präsentiert von Derpy Star. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Für die Nummer 1, Thailand, Duman Institute, die Nummer 17, Samuels, Blackhine. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020